Ich habe 1999 auf 2000 angefangen als Wintersaisonslenker hier in Landeck. Ich habe dann die Chance bekommen, im Sommer in Vorarlberg als Sommersaisonslenker zu fahren, dann wieder im Winter. So ist das circa drei, vier Jahre dahingegangen. Dann war ich fix in der Verkehrsstraße Landeck als Lenker tätig. Also für mich, ich bin jetzt drei Jahre dabei. Ich habe angefangen mit Skibus-Saison und bin dann als Springer in Linien übergestiegen. Ich selber habe auch die Trainerausbildung machen dürfen, also ich bin genauso zuständig für die Weiterbildung der Lenkerkollegen. Also wir müssen den D95 machen, das wird von der Firma bezahlt und das wird dann auch von der Firma aus organisiert bzw. wir machen das dann in der Firma. Die gesetzlichen Lenkrausbildungen sind so geregelt, dass die interne Bildungswerkstatt des Postbussers die anbietet in den einzelnen Verkehrsleitungen und jedes Jahr ein Modul abgehalten wird. Wir bei Postbuss sind in einer glücklichen Lage, dass wir betriebsintern schulen können, sprich wir haben ein Trainingsprogramm, das maßgeschneidert für unser Unternehmen bzw. für unsere Lenker und für unseren Betrieb, für den Dienstbetrieb ganz einfach passt. Da haben wir die Modul, wo wir jedes Jahr die Schulungen machen, die Weiterbildung und das habe ich eigentlich auch seit dem ersten Jahr, wo ich dabei bin, habe ich jedes Jahr schon die Schulung mitgemacht und das finde ich eigentlich ganz gut. Vielen Dank.